oder glück gehabt mit der fackel jemand lang ich würde sagen erst mal da lang das ist ein Gesicht Sieh mir in die Augen, Kleines Sieh mir in die Augen, Sieh mir in die Augen Oh Alles von mit Leichen da unten Können wir wieder eine Brücke anzünden Oh Alter, das ist creepy Ja, das glaube ich auch Hier geht es wieder hoch Oh, das Wasser Oh, das wäre nicht gut, wenn da die Fackel ausgeht Da kann ich es aber wieder anzünden Ja Oh, hier geht es wieder zurück Na dann Regen Nein Okay Ja, hier geht es zurück Und hier kann ich anzünden Oh Da muss ich es wieder ausmachen Durch den Wasserfall Da kann ich drüben wieder anzünden So Jetzt kommt die darkness Das ist ja schon ein bisschen offensichtlich, ne Jetzt zünden wir das Ding an Dann haben wir eine Brücke Boah, es ist schon neun Ah Guck mal da drüben Eine Rune Oh, da komme ich hier nicht hoch Da muss ich erst mal Quatsch Da ist er wieder Okay Die Rune hätte ich jetzt schon noch gerne gehabt, ne Okay Vielleicht gibt es auch noch einen Anderen Weg, eine Abzweigung Hier nicht Hier nicht Da kann ich ins Wasser Und da muss ich auch ins Wasser Hecht Dann Ja Oh Ja 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 Das Gefühl habe ich auch. Das geht die Wand da vor uns weg. Oh, die Hände da unten. Oh, das ist creepy, Alter. Oh, oh, Wasser. Das geht die Fackel aus. What are you looking for? You're not worthy of our way. We can see your time. Your darkness. The dead that you couldn't save. The drowned. Reaching for you. They want to drag you down. Listen to us. Listen to yourself. It is only fear. Genau. Und die Angst kann man im Griff haben. Okay. Okay. They will take you. They will try to drag you down on them. They will always hunt her. The ones she did not save. Clasping her desperately iron bands around. And dragging her down with them. Nö. Ich glaube nicht. Irgendwo. Nein. Und schon wieder. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja. Wir haben doch schon. Glaub ich. So. Eben kurz hier gucken. Ah ja. Hier kann ich anzünden. As much light as you can make. Is there enough? The ones you lost. Everything you regret. Your shame. Your pain. Turn your face to them and open your eyes. You can only hide for so long. You can only hide for so long. And then you will have the blood to take the blood. Nein. Gut. Dann muss ich da jetzt durch. Weil hier geht's nicht hoch, ne? Nein. Okay. There is a path, yes. Follow it. A path of light. A path of blood. You want to go. Ja. Da drüber. Und hier rüber. Ah. So. achtung ist ja wiederum schon im wasser nichts gesehen wo geht das licht aus aber noch kein scheiß jetzt vor dem gesicht wasser verdammt aber jetzt schnell ganz schön weit dafür dass er keine lichtquelle ist es doch recht hell wahrscheinlich draußen so trotzdem erstmal gucken okay brücken 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 alles drücken dann müssen wir mal an machen wo geht es da hoch hier ja wohnung der voll wohnst du hin da rein ok nichts ein bisschen verbrannt immer die augen offen halten ob wir noch was entdecken können aber hier geht es weiter oder ein gesicht ne ok ja mach ich jetzt gucken ja gleich erstmal überblick verschaffen könnte sein dass da was versteckt ist nicht 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 Ja, jetzt müssen wir aber die Brücke aktivieren. Irgendwie, irgendwo. Hier ist doch das Ding wieder. Dann komme ich aber nicht. Oh ne, die Brücke ist immer noch inaktiv. Okay. Machen wir das auch an. Oh. Oh. Ah, jetzt bin ich weiter oben. Ja. Ah. Wenn ich hier durchjumpen oder was? Oh. Ich bin der Brücke. Das ist alles sie wissen. Sie können sie nicht geben. Sie werden hier immer wieder geholfen. Sie werden nicht mehr sehen. Sie werden sie hier verblühen. Dude, schade. 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 Du brauchst eine Brücke. Sie können nichts tun, dass du hier niemals verblühen. Sie werden hier immer wieder geholfen. Ich denke. bringt es mir wieder zurück abgehauen dann laufen wir einfach mal zurück wir müssen jetzt natürlich das feuer wieder löschen damit wir den ausgang kreieren können und jetzt ist die brücke da gleich erst mal gucken ja ich habe jetzt halt keine fackeln mehr ich mach mal siehst du da gibt uns die fackeln wieder danke creepy dingens so können wir jetzt das an machen wer denkt sich solche rätsel aus das ist ja heftig ist bestimmt nicht einfach wir haben da kann ich wo ich das jetzt ausmach komme ich da hoch oder mir ich ich Äh... Wat? Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hochkommen oder rüberkommen. Okay, warte mal. Wie ist das denn? Wenn wir hier... Ah, da kommen wir aber nicht mehr hoch, ne? Nee. Aber da kommen wir wieder runter. Okay, warte mal. Das könnte... ...sein. Das war jetzt... ...we need to reveal this path. Now where is it? What have you found? What have you lost? König... Da geht's... ...nicht... ...wenn ich es ausmache... ...dann ist ja nix mehr da. Wow, wow, wow. Wer hätte es gedacht? Das da hinten kann ich aber nicht ausmachen. Dann habe ich ein Problem. Oder sehe ich das falsch? Weil der ist noch da. Ich mache wieder an, weil... ...diesen Weg da, den brauche ich ja. Aber wie komme ich da rüber? ...verstehe ich nicht so ganz. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ne, wenn ich das ausmache, dann komme ich hier nicht mehr hoch. Boah. Boah. Also. Anders geht's doch nicht. Ich sag mal... ...die da hinten, die sind für da hinten zuständig. Ich muss ja hier rumbasteln. Da komme ich aber... ...so nicht rüber. Irgendwas verstehe ich hier nicht. Offensichtlich. So. Ich kann da ja nicht hoch. Und hier? Auch nicht. Aber ich bin mega verwirrt. Das kann doch nicht angehen. Da habe ich auch keine Gelegenheit, darüber zu gehen. Wenn ich das wieder ausmache, ist die Brücke weg. Also die direkt vor unseren Augen da. Oder... ...kann ich dann da hochlaufen? Oh, das ist eine Höhle. Aha. So, man muss sie wieder abgeben. Oh, da hinten ist er. Ah, der macht mir die Brücke wieder. Oh, oh, oh. Oh. Der Zord macht dich nicht sicher. Der Zord macht es auch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Stay hier. Okay. Jump. Oh. 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 Hey. Okay. Komm. Bist du auf? Hey, hey, hey. Hm. Schon wieder dunkel. Ja. Oh. 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 Also, es ist halb zehn. Eigentlich würde ich jetzt gerne schon vor einer halben Stunde Schluss gemacht haben. Aber das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, ne? Ah. Someone is following us. Quick. Someone is watching us. Everywhere. Eyes everywhere. Shh, shh. Look, an entrance. There. Keep following. Light shining through. Or just another trick from the hidden folk. Not a trick. What do they want with us? Sering you in. Keeping you here. Be careful. Did the lights... ...tack the lights of the door. Stop! 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 ja 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 Oh, 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 oh. Okay. Oh, das wird das Vieh sein. Oh, kriege ich wieder eine Fackel. Oh, das ist alles. Das könnte das Ende des Kapitels sein, ne? Ich habe das Gefühl, dass immer solche Cutscenes das Ende der Kapitel sind. Die Verkaufung. Die Verkaufung. Die Verkaufung. Die Verkaufung. Was ist ein Wörter ohne seine Worte? Was ist sie jetzt? Sie muss eine neue Weg. Defenseless gegen die deaden. Die Armour hat weggefallen. Okay. 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 Absolut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. quiénwingleépendarte entrepreneurial Union Europas Panache. Vielen Dank.